Hallo. Was geht ab? Heute sind wir im Bambuswald. Ja, voll Gras. Das ist quasi ein Wald aus Bambus. Große Grashalme. Aber es ist sehr windig. Und der Bambus, der geht aus. Ein interessantes Geräusch. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt. Man hört, wie die Stämme zusammen klackern, wie wenn man mit Holzstäben aufeinander schlägt. Ja, wir sind hier in der Nähe von Kyoto. Tja, heute Morgen Regen und Sonnenschein gleichzeitig. Es ist ziemlich kalt und windig. Unangenehm einfach, aber ist okay. Aber Wind ist super im Bambuswald. Ja, und dann haben wir... Wow, warte, die Tüte. Scheiße, hat immer die Tüte gekriegt. Ja, ich habe keine Aufmerksamkeit. Ich hole sie raus. Okay, Moment, ich vertreibe euch die Zeit so lang mit Wartemusik. Jetzt sind wir auf dem Weg zu irgendeinem Tempel, dessen Namen wir jetzt nicht wissen. Und da gibt es noch ein paar andere tolle Sachen hier. Heute Morgen... Ja, wir waren nämlich beim Bäcker. Wir waren beim Bäcker und da gibt es natürlich schöne Tüten mit komischen japanischen Zeichen. Ich kann denen ihre Sprache. Rein und unverfälscht. Aber ganz kurz, das ist auch japanisch. Ja. Wir haben die aus Deutschland mitgenommen, um euch zu verarschen. Das ist wirklich von hier. Ja, das ist sehr lustig. Ja, das ist gleich das Garten. Ja. Tja. Gibt es noch irgendwas? Ja, wir waren eben Dornnudeln essen. Nein, ihr. Nur wir. Nur die zwei. Nur wir. Die haben durchgehalten. Voll gestopft. Okay, ich go. Er hat sich eine Tagesportion heute Morgen schon geholt zum Essen. Sollte für den ganzen Tag reichen. Die war dann nach einer halben Stunde weg. Der Tag war kurz. Jetzt. Ja. Okay, dann. Bis später. Ja, macht's gut, ihr Penner. Du wirst nur einen halben Kopf drauf gewinnen.